Hallo, ich bin Claudi. Ich bin der größte Schlagerfan aller Zeiten und das wird heute unser Moment mit Nadine Meikler. Das ist der witzigste Satz, den ich je hatte. Ja, ich habe gehört, du bist ein richtiger Schlagerspieler. Ja, das habe ich jetzt auch gehört. Ich freue mich total. Jetzt haben wir schon verraten, was du machst. Du bist Schlagersängerin. Ich habe aber gelesen, du bist Popschlagersängerin. Was ist der Unterschied zwischen Schlagersängerin und Popschlagersängerin? Ich glaube, da gibt es heute niemals so den krassen Unterschied. Was es ausmacht, dass wir in ganz moderne Beats dabei sind, die Texte, die sich vielleicht auch ein bisschen geändert haben, moderner geworden sind, wenn man das heute noch so sagen kann. Und das macht eigentlich den Unterschied davon. Du hast ja gesagt, das ist unser Moment. Das ist also nicht nur unser Moment, sondern so heißt auch deine aktuelle Single, die seit Ende April draußen ist. Magst du mal kurz ansehen, dass wir mal kurz hören, wie du denn so singst? Es ist derselbe Treffpunkt wie vor sechs Jahren in der Altstadt gelegen. Verspricht uns der Abend, dass dies heute nicht der letzte Ort sein wird. Wir feiern heute Nacht wie in früheren Jahren. Singen Lieder, die uns schon immer sind Gabeln im Rausch der Lichter dieser jungen Stadt. Also ich persönlich habe gerade das Gefühl, ich möchte aufstehen und mitklatschen und ein Bier trinken. Hätte ich auch machen können. Hätte ich auch machen können. Ich habe gelesen, dass du schon ganz früh mit Musik in Berührung gekommen bist. Genau, das stimmt. Also ich komme nicht aus der klassischen Musikerfamilie wie viele, sondern ich habe mich da ganz bewusst selber dafür entschieden. Habe mich dann auch ausprobiert in Bands, in Elektropop, im Unichor, als Solistin für Jazzstücke. Also ich habe schon, glaube ich, alles mal ausprobiert, bis ich dann tatsächlich zum Schlager gekommen bin und so da meine Berufung gefunden habe, glaube ich. Und warum im Schlager? Ja, weil ich damit auch groß geworden bin. Also meine Eltern haben früher immer Schlager gehört und kannte alle Songs vom Hansi Hinterseer. Da war alles dabei und mir hat das gefallen. Also mir gefällt es, die Leute zu unterhalten. Super. Wir reden gleich weiter, weil Nadine ist nicht nur Schlagersängerin, sondern sie hat auch noch einen anderen Beruf und sie werden sehr überrascht sein. Und wir lernen dich natürlich noch ein bisschen noch mehr kennen. Also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Vorher lernen wir eine andere junge Frau kennen, die auch sehr beeindruckend ist. Du bist Regisseurin, Drehbuchautorin und Künstlerin. Das ist ziemlich viel, finde ich, auf einmal. Ja, aber ich glaube, das hat sich so gebildet. Das war überhaupt gar nicht so geplant. Aber wenn man eben anfängt, Filme zu machen, dann kann man ja nicht irgendeinen Stoff nehmen. Also muss man halt zwangsläufig selber für sich schreiben. Und dann hat man keinen Produzenten oder so und dann macht man das auch noch und irgendwie baut sich das dann so auf. Du stehst jetzt hinter der Kamera. Du hattest aber mal als Kind überlegt, Musicaldarstellerin zu werden und hast sogar eine Schule besucht. Wieso hast du dich dann doch für einen anderen Weg entschieden? Ja, ich glaube, ich war ein richtig schlechter Schauspieler. Nicht mal unbedingt, weil ich jetzt irgendwie so mies darin war, sondern einfach, weil ich das nicht haben kann, wenn mir einer sagt, mach das mal mehr so. Bei deinem Set, bei dem wir dabei sein durften, geht es ja wahnsinnig stressig zu. Also es ist schon sehr viele Stunden Arbeit und auch sehr viel menschliche Kraft, die das braucht, um so einen Film zu machen. Marcin, wir brauchen noch eine... Warte, ich komme gleich noch mal. Warte ganz kurz. Es ist gerade nur schnell was eingefallen. Jetzt klären wir mal auf, Emma, weil ich finde, so wie wir sprechen und so professionell wie dein Set aussieht, könnte das wirklich schon sein, dass du eine fertige Regisseurin bist. Aber diesen Film machst du tatsächlich, um überhaupt Regie erst zu studieren. Du willst dich in Ludwigsburg an der Filmakademie damit bewerben. Ich finde das wahnsinnig, weil du musst ja schon Profi sein, bevor du überhaupt anfangen darfst. Ja, ich glaube, das ist auch so ein diskutiertes Thema. Dadurch, dass es an der Filmakademie ja gar nicht um schulische Leistungen geht. Also auf der einen Seite finde ich das toll, dass man da so eine andere Chance bekommt, sich künstlerisch zu zeigen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon heftig, wie viel Zeit, wie viel Geld und auch wie viel Aufwand reinfließt, nur um letztlich das studieren zu können, was man eigentlich schon die ganze Zeit macht. Dein Film heißt Morgen kommt ein neuer Tag. Kannst du mal in zwei Sätzen beschreiben, um was es geht? Also es geht um Schuld, den Umgang mit Schuld und darum, wie man vielleicht, wenn man glaubt, im Leben alles verloren zu haben, da neue Kraft draus schöpfen kann. Wo wird der Film zu sehen sein und wann? Hoffentlich auf ganz, ganz vielen Festivals ab Sommer. Ja, wir haben gerade von Emma gehört, dass es sehr viel Energie kostet, diesen Job machen zu wollen, weil sie ist ja noch, sie will ja erst Regisseurin werden. Wie viel Energie kostet es dich oder kriegst du einfach Energie zurück und dir wird alles geschenkt? Ich glaube, es wird keinem alles geschenkt. Ich habe mir so zum Motto gemacht, dass die Sachen, die ich mache, einfach gerne mache. Und sobald ich sie gerne mache, empfinde ich gar nicht mehr so den Arbeitsdruck wie jetzt, dass ich aufstehe und irgendwie zur Arbeit gehe, sondern ich mache es mir ganz viel Herzblut und dann fällt es mir eigentlich ganz leicht. Du sagst, du möchtest mit deiner Musik Einblicke in deine Welt geben. Wieso sollen wir deine Welt kennenlernen und wie ist deine Welt? Ja, sehr bunt. Also ich bin nie den geradlinigen Weg gegangen und deswegen glaube ich, dass es schon spannend sein kann, da mal reinzuschauen. Wenn du auf der Bühne stehst, weil du sagst, du machst das gerne oder du unterhältst die Leute, was gibt dir denn das Publikum für ein Gefühl? Die meisten sagen immer so ganz viel Liebe, aber ich kann das eigentlich wirklich nur unterschreiben. Es ist toll, dass die Leute, die Musik mögen, dass sie da sind, dass sie kommen zu einem Konzert und dann auch einen schönen Abend haben und feiern können und am nächsten Tag sagen, ich habe einen schönen Abend gehabt und es gibt unglaublich viel zurück. Wir lernen dich gleich noch weiter kennen, machen vorher das, was wir immer an dieser Stelle machen und das ist... Werbung! Ja! Und wir sind zurück mit Nadine Meigler, sie ist Popschlagersängerin und nicht nur das, wir haben ja schon verraten, du hast auch noch einen anderen Beruf. Jetzt dürfen Sie sich mal diese junge Frau drei Sekunden angucken und überlegen, was die wohl machen könnte. Eins, zwei, drei... Und? Du bist Juristin. Genau, ich bin Juristin. Wie abgefahren. Juristin und Popschlagersängerin, das sind ja... Die Welten sind so. Oder gibt es doch Parallelen, die wir alle nicht kennen? Ich glaube, es gibt keine Parallelen. Aber es gibt mir einen guten Ausgleich. Ich mache beides unfassbar gern. Ich liebe die Juristerei und darin herum zu forschen, was man machen kann. Und dann gibt es mir die Musik einen super Ausgleich dazu. Du bist ja noch vor deinem zweiten Starksexamen, aber irgendwann wirst du vor Gericht stehen und Menschen verteidigen. Du arbeitest jetzt schon aktuell am Gericht. Genau. In Stuttgart, wie reagieren deine Kollegen und die hohen Richter und wer da alles so rumläuft, wenn die wissen, dass du Popschlagersängerin bist? Also ich trenne es ganz gut. Okay. Ich mache jetzt im Gericht natürlich keine Werbung darüber. Und meine Kollegen oder meine Refundarskollegen, da sprechen wir natürlich drüber. Und die sind hellauf begeistert. Kannst du sagen, wo dein Herz mehr hinschlägt? Ich möchte auf jeden Fall mein zweites Staatsexamen fertig machen. Also so die sichere Bank haben und sagen, okay, ich habe beide Examiner, ich kann als Anwältin später arbeiten. Was dann danach kommt oder was jetzt gerade passiert, war ja auch nicht alles vorhersehbar. Es wird die Zeit zeigen, aber jetzt festlegen. Möchtest du dich nicht? Mache ich noch nicht. Ist das so dein Weg, dass du sagst, du machst die Dinge, die dir Spaß machen, aber du planst nicht? Also Planen hat bisher noch nie geholfen. Vor allem in der Musik nicht. Weil es sind immer Zufallsmomente, dass man irgendwo hinkommt und jemand das toll findet, was man macht. Oder die Idee toll findet und mit einem zusammenarbeiten möchte. Das kann man nicht planen. Jetzt bist du so offen und strahlst so viel Herz aus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist dann irgendwann Anwältin vor Gericht und musst so knallhart sein. Gibt es diese Seite wirklich? Oh, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die gibt es absolut, ja. Ehrlich? Ja, ich bin dann auch richtig pissig. Ich glaube, man muss das Beste für seinen Mandant machen, weil viele ja sagen, hm, möchte ich das überhaupt machen? Ich finde es hat jeder das Recht, gut und ordentlich verteidigt zu werden oder vertreten zu werden. Und da wird dann schon das Bestmögliche rausgemügt. Wir schalten nochmal in meinen nächsten Beitrag. Sehr gerne. Wir waren in Stuttgart unterwegs und nehmen sie mit. Bei unserem Interview albern sie nur rum. Und schnell wird klar, die beiden sind mehr als nur Kollegen. Ja, ja. Und du mit deinen? Funktioniert das? Ja, ja. Vorsicht, da ist man schlecht dabei. Bei uns ist es nicht, man muss sich nicht immer sehen. Und das ist auch nicht der Fall. Also wenn wir zum Beispiel Weihnachten ist, manchmal schreiben wir uns, manchmal nicht. So Geburtstage, manchmal ruft man an, manchmal nicht. Also es ist nicht so. Und dann, wenn wir dann zusammenkommen, wenn ich dann nach Stuttgart komme, dann ist es, wie wir uns jeden Tag gesehen haben. Und das nenne ich eine Freundschaft, weil das ist sehr selten. Sonst ist es ja, ach warum rufst du nicht an, du rufst nicht an und das alles, das ist bei uns nicht der Fall. Wir dürfen beim Training und bei den Proben der beiden Ballettstars Eric Gauthier und Egon Metzson mit dabei sein. Sie bereiten sich auf einen ganz besonderen Anlass vor. Denn am Wochenende findet die Geburtstagsgala von Egon Metzson im Theaterhaus in Stuttgart statt. Mit dem Tanzabend für eine Legende würdigt das Theaterhaus den 75-Jährigen. Wobei er mit dem Wort Legende nicht viel anfangen kann. Legende, ja, das ist das eine Wort, was ich gerne, was ist Legende? Ich finde das, ja, das kann man sagen, aber für mich ist es nicht. Ich bin der Egon und that's it. Du bist schon eine Legende, aber ich kann das sagen, die Menschen können das sagen, aber Egon fühlt sich wie Egon. Und ich finde das, so soll sich eine Legende fühlen. Der bleibt bodenständig und das ist, warum ist er so. Wundern sie sich übrigens nicht über die Schuhbekleidung. Das ist anscheinend ganz normal bei Balletttänzern. Die Hälfte Tanzwelt trägt diesen vor dem Balletttraining. Und die sind nur warm. Amin, man braucht warme Fussen, dass man diese Springer macht und so. Und Egon, behält das deine Fussen warm? Bisschen einfacher, ja. Bisschen einfacher, selbst gestrickt und so. Sowas habe ich nie gehabt. Das kenne ich nicht. Das war in meiner Zeit als Jung noch nicht. Und dann sofort kannst du die Beine hochziehen, weil die Beine sind warm schon. Das ist total cool. Ja, ja. Und du mit deinen? Funktioniert das? Ja, ja. Vorsicht, das ist meine schlechte Beine. Wir sind wirklich begeistert von so viel Lebensfreude mit 75 und wünschen Egon Metzern noch viele tolle Bühnenmomente. Dass du gesund bleibst, klar. Und dass du nicht deine wunderschönen Haare verlierst. Das sind wahnsinnige Haare. Ich wünsche mir nur das, wenn ich 75 bin. Mit diesem Blick hinter die Kulissen können wir Ihnen versprechen, die Gala im Theaterhaus wird wirklich außergewöhnlich. Und mit ein bisschen Glück ergattern sie vielleicht noch die letzten Restkarten. Nadine, wir sind schon wieder am Ende. Ja, das ist mal so schwupps die Wupps. Und wenn Sie Nadine Meikler mal live erleben möchten, dann sollten Sie am 22. September ins LKA Longhorn kommen. Da ist die erste Schlagernacht. Genau, mit Nino D'Angelo, mit mir und noch ganz vielen anderen Künstlern. Wieso denn jetzt erste Schlagernacht? Was ist denn da falsch gelaufen in Stuttgart? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also, da auf jeden Fall vorbeikommen. Und meine Sendung endet immer mit zwei Veranstaltungstipps. Ja. Deinen darfst du jetzt in die Kamera sagen. Ich würde vorschlagen, geht am 27. Juli zu Ina Müller auf die Freilichtböne am Kielesberg. Ganz tolle Künstlerin. Und ich bin ganz großer Fan und ich gehe hin und mein Veranstaltungstipp. Jetzt noch einen von dir, oder? Ja, und zwar jetzt heute Abend ist im Club Universum Powerpoint Karaoke. Darüber haben wir schon mal berichtet. Das ist eine sehr coole Geschichte. Da kriegen Menschen Präsentationen, die sie noch nie gesehen haben und müssen fünf Minuten referieren. Und das Publikum stimmt ab, was gut oder was schlecht. Also, wenn sie Spaß haben wollen nach der Arbeit, würde ich das empfehlen. Hey, vielen Dank. Ich bin sehr beeindruckt über dein Leben, was du alles machst, was du alles unter einen Hut kriegst und wie vielfältig du bist. Bleibt das weiterhin so bunt und fröhlich. Und wir freuen uns sehr, von dir bald vielleicht überall auf der Welt zu hören. Man weiß es nicht. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder nächste Woche. Schreibt ein. Ja, genau. Alles Gute und tschüss. Ciao.